Grüßt euch Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier in der 3.13.1. Ja, wer hätte das gedacht? Es ist tatsächlich noch eine Neuigkeit aufgetaucht, die so gar nicht in den Patchnotz stand. Frechheit! Musste man das selber rausfinden als Spieler. Ist ja wohl unglaublich. Und zwar das Docking. Das Ship-to-Station-Docking. Soll ja mit der 13.1 kommen, ist jetzt im PTU schon da und funktioniert einigermaßen gut. Und das gucken wir uns gleich an. Da hinten ist der Rötti, der hat schon mal eine 890 Jump gerufen. Die gucken wir uns gleich als erstes an und der Pharao, der ist da hinten, der kommt auch noch gleich und dann gucken wir uns gleich noch eine Hammerhead an. Grüßt euch, ihr beiden. Hallihallo, grüß dich. Ja, grüße. So, und warum ist der Sitko jetzt in der Carrick? Ja, die ist ja ein verrückter Typ. Nein, die Carrick, die kann leider noch nicht andocken. Momentan gehen wirklich nur die Hammerhead und die 890 Jump, denn die haben einen großen Docking-Port und die, die mit einem kleinen Docking-Port, wie zum Beispiel eine Aurora, ja, die kann nicht andocken. Nein, die Aurora wird wahrscheinlich eh nie andocken können an so einem Docking-Port. Das wär's ja noch. Außer die Queen von England, die kommt persönlich mit einer Aurora. Dann wird die da wahrscheinlich andocken. Aber ich glaub, wir werden da nie eine Erlaubnis kriegen. Aber das hier wollte ich euch zeigen. Guckt euch das an. Hier in der 890 Jump stehen jetzt ganz viele Suits rum. Das sind die, äh, sind das die Novikovs? Ja, ich glaube, ne? Die gelben sind die Novikovs, ne? Ja. So, können wir aufmachen. Und dann können wir das nicht anziehen, ne? Die stehen da nur rum, ne? Aber trotzdem, so wird das später mal aussehen. Ja, so werden wir dann unsere Rüstung hier drin haben. Vielleicht kommen die ja auch mit der Carrick mitgeliefert, ne? Das war die dann hier schon mal haben. Das wär ganz geil. So, und dann haben wir hier natürlich dann irgendwann die, die, äh, Docking-Schleuse, ne? Ne? Aber wie gesagt, die geht noch nicht. Das haben wir probiert. Aber die Hammerhead und 890 Jump geht. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Das wollte ich euch nur kurz zeigen, äh, weil es einfach schon mal ziemlich geil aussieht. Finde ich. Ne? Oder, oder nicht. So. Und soviel zu Carrick. Mehr gibt's hier nicht. Ne? Das ist alles was Neues. Ne? Die anderen, äh, da sind noch ein paar andere Schränke. Die sind aber alle leer. Ich denke mal, ja, keine Ahnung, vielleicht hat das Cloud Imperium Games auch vergessen rauszutun, ne? Als sie das letzte Mal hier mit meinem Schiff geflogen sind und was getestet haben. Und, äh, das ist jetzt schon mal so ein, ja, so ein Wink in das persönliche Inventar, in die Ausarbeitung. Gut. Dann flitzen wir mal ganz kurz zum Docking-Port... Zwei. Zwei? Da ist nämlich Rotti mit der 890 Jump. Und dann werden wir den Pott mal abdocken und wieder andocken. Richtig geile Sache. Freue ich mich schon. Ne? So, da hinten ist ein bisschen Wegelchen. Das funktioniert. Ja, mittlerweile kann man zumindest mit dem Ding rennen. Das kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Das funktioniert. Allerdings so in so ein Schiff kriegen, das geht immer noch nicht so richtig gut. Obwohl, wir können's ja mal probieren kurz, wenn wir schon mal hier sind. So, zack, zack, zack. Ja, da hängt er hier schon an der... An der Kante fest. Ne? So, so ist das. Äh. Ja, müssen wir halt da rumlaufen. So, ja. Ja, da müssen wir unbedingt noch was tun. Aber das ist halt... Das sind halt auch diese schwerfälligen Reifen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Mausrad nach vorne mache, ja, dann war es ja vorher so, dass er immer losgelassen hat. Und dann macht er jetzt das hier. So, oder beziehungsweise wenn ich, äh, Schiff drücke. Ne? Da fängt er an zu laufen. Und stratzt dann hier so rum. Schon ganz cool. Ne? Für die eilige Lieferung. Für die, für die, für die heiße Bitzen. Zack. So, aber ich denke mal, die Rampe, da werden wir nicht hochkommen. Das wird nicht funktionieren. Aber wir versuchen es kurz. Ne? Wenn wir uns jetzt mal schon mal hier sind. Können wir das auch kurz mal versuchen. Aber er lässt auch nicht mehr los. Ne? Das ist schon mal gut. Das war ja am Anfang, war das ja ein Graus. Konntest du gar nichts mit anfangen. So, Rötti. Okay, sag dem Typ, ich, ich brauch noch ein bisschen. Ja, wegen dem, achso, nicht, dass er hier uns wieder wegstort. Dass er wieder einstort, genau. Ja, ich glaub schon, dass sie wissen, dass das länger dauert. Ich denke auch. Bis du durch diesen Dockingport erstmal durchgelatscht bist, dauert ja schon, dauert ja schon ewig. Draußen wird übrigens geschossen. Du hast ein bisschen mitgekriegt, was? Oh, ne, hab ich nicht mitgekriegt. Ja, scheint irgendeiner rot geworden zu sein. So, dann versuchen wir mal da hochzukommen. Die kämpfen, die kämpfen um die Dockingports wahrscheinlich. Die müssen sich abschießen, damit sie andocken dürfen. Ja. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Oh, zubbel, 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 zubbel. Ja, schwimmen vorsichtig. Kiste, Vorsicht. Ja, genau, so. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen Gas. Aber ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß. Ne, und Feuer frei. Nee, geht nicht. Ja, das liegt aber wahrscheinlich eher an dieser Kante hier unten, dass der da ja nicht rüberkommt. Aber gut, das ist jetzt nur mal so am Rande. Auf jeden Fall lässt das nicht mehr los und man kann da auch so ein bisschen Gas mitgeben. Ich glaube, wir werden noch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit diesen Wegelchen haben. Da bin ich von überzeugt. Ist ja auch, wie gesagt, die erste Iteration. Sage ich ja immer Pharao, ne? Iteration ist ja... Ja, ja, du mit deinem... Du mit deinen schlauen Wörtern, Mann, Mann, Mann. Ja, ab und zu muss ich mal einen raushauen. Ne, dann, damit ich wenigstens ein bisschen schlau wirke. So, jetzt fahren wir direkt zu Dockingport 2. Da hinten zuppelt der Rötti, der ist schon ganz nervös. Ja, ich tippel schon hier. So, Freunde. Docking, Ship zu Station Docking. Saugeil. Endlich drin. Und es ist gar nicht in erster Linie, dass man das jetzt kann, sondern ich finde das Geilste an der ganzen Sache überhaupt, ist das Sehen. Dass man das sieht, dass so fette Pötte an so Raumstationen andocken. Ne, guckt euch das an. Geil, oder? Da hinten steht sie. Die 890 Jump draußen an Dockingport. Voll geil. Ja. Richtig geil. Der stinkt, der Balanze. Die schlaft um die Dockingports. Ja, das ist ja mit der 3.13 reingekommen. Allerdings war dann hier vorne Sense. Da war die Tür dann zu. Die ist jetzt offen, logischerweise. Die ist nur dann offen, auch wenn ein Schiff angedockt ist, ne? Achso, dann geht die auch auf, ja? Dann geht die auch auf, vorher kannst du die auch nicht öffnen. Ah ja, cool. Das gucken wir uns nachher zum Schluss nochmal an. Da wird der Rötti nämlich mit seiner 890 Jump wegfliegen, bevor wir dann die Hammerhead holen. Und dann beobachten wir, dann winken wir ihm aus dem Fenster hier mal zu. Ich wink zurück. Hier kann man übrigens prima kegeln. So. Oh ja. Ne? Oder, ne, Bowling hätte ich jetzt fast. Ne, ist eine Bowlingbahn, ist das. Soll ich setze mal lieber den Helm auf? Er jauchzelt schon. Ich glaube, das ist da vorne diese Zwischen... Oh, der war knapp, doch. Da hat er, oh, 19 Prozent. Boah, muss ich aber erstmal hier... Muss ich aber den machen. Oh. Das war knapp. Oh, die Drogen, ne? Ja, hatte ich gerade auch. Ich hab vergessen, dir das zu sagen. Tut mir leid. Ja, stimmt. Da kannst du echt gut Bowlen, ne? Aber das ist natürlich Bowlen für Advanced, ne? Ja. Vor allen Dingen musst du hinter die Tür treffen, ne? So, hier können wir bestimmt noch andere hübsche Spielchen machen später. Wenn wir mal Bälle kriegen oder den Einkaufswagen, den Einkaufswagen rennen, hier. Genau. Weißt du, draußen stehen sie Schlange, wegen der zwei Dockingports und wir spielen hier Dosenwerfen. Ja, aber da brauchst du mindestens eine Hammerhead. Ne, aber geil. Aber unbedingt auch eine 890. Bleib mal stehen, Noretti. Ja. Hier übrigens haben sie jetzt auch Werbung an die Seite gepackt, ne? Das ist ja auch neu jetzt dazu gekommen. Vorher war das alles sehr leer und karg. Und ich glaube, auch im Detailbereich ist es ein bisschen besser geworden. So. Das hier kann man zum Beispiel hier auch machen, warte? Wir werden weggestortet, Zitko. Echt? Ja. Ich komm mal schnell zu dir und dann rufe ich nochmal im Schleich eine neue. Du musst ja aus dem Gang, glaube ich, raus. Oh, echt? Machen wir hier zu, ne? Ja, ja. Genau. Das ist wie so ein Quatsch. Ja, aber ihr seid doch verortet, oder? Ja, klar. Wir gucken uns gleich mal hier an, wie das Ding hier zugeht. Hast du eigentlich gemerkt, dass ich dich getroffen habe von da hinten? Ne. Ach so, du hast mich... Aua. Jetzt merkst du es. Na gut, okay. Ja, das kann man da zum Beispiel auch machen. So, dann, ja, dann hol mal. Ist die schon weg jetzt? Ne. Ah ja. Guck mal, jetzt geh zu. Ah echt? Ah ja, cool. Und wenn du jetzt am Fenster guckst, fährt der ein. Guck. Ah ja, okay. Eigentlich fährt der jetzt ein. Ja, ist eingefahren, ja. Von außen siehst du die Animation nicht, nur von innen. Von 0 auf 100 eingefahren, das Ding. Ja, gestern war es tatsächlich animiert. Ich hole schnell eine neue. Ja gut, dann gucken wir uns das von hier nochmal an. Ne, beziehungsweise ich hole die gleiche normales, ja. Hier ist jetzt natürlich alles dunkel. Also das Licht ausgemacht. Normalerweise sollte das doch auch so sein, dass wenn die Schleuse hier aufgeht und der Dockingarm ausfällt, dass dann so Lichter sich drehen, oder? Vielleicht war das auch. Vielleicht haben wir es einfach nicht gesehen. Ne, ne. Ne, oben drehen sich wirklich Lichter. Ah ja. Aber nur oben und unten an den Dockingports und an den Enden, also an den Enden, an den Enden ist es so. Okay. Von außen meinst du, oder was? Ja, genau. So, ich stehe am Terminal, ich rufe sofort. Du kennst doch bestimmt Alien, ne? So, Achtung, ich rufe jetzt. Und wo die Zigorne Viva da mit dem Laderoboter rumfährt. Die hat ja auch so ein Kreiselding oben drauf. Ja, aber hier sehe ich das jetzt nicht, dieses Kreiselding. Also wir haben es ja da, ne? Ja, ist ja da, zumindest gehen die Türen auf. Hm, okay. Ich eile. Was ist jetzt hier? Journal Entry Eintrag? Warte, was habe ich denn jetzt für einen Eintrag gekriegt? Das ist was vom, äh, mit den, mit den neuen Nutrifications. Also irgendwas von der Health-Gesellschaft. Ah ja, ja, Empire Health Service. Da wird erklärt, was ist Dehydration und was ist Power Boost und was ist, also ist auch ganz interessant. Wir haben uns auch gestern erschreckt, als das kam. Ja, man müsste nur in Englisch können. Ja. Das wäre super. Wir hatten schon spekuliert, ob das irgendwas mit den neuen Krankenhäusern zu tun hat. Ja, bestimmt. Ja, das wird ja nach und nach immer alles reingekommen, ne? Das ist, äh, wirklich oft ja schon drinne, bevor es dann wirklich drinne ist. So, hier ist auf jeden Fall jetzt dieser, dieser Andock-Arm praktisch, der dann vorne an die Schleuse geht. Das ist die Schleuse. Die kriegen wir jetzt aber nicht auf, obwohl, warte mal, vielleicht kriegen wir sie doch auf. Das ist genau in der Mitte auf den Griff. Genau in der Mitte auf den Griff, Tatsache. Zack. Und schon sind wir in der Nighty. Sau gut. So, darf ich fliegen, Rötti? Sehr gerne. Super. So, dann werden wir das Ding mal kurz wegbewegen und dann werden wir uns wieder andocken. Dann haben wir das einmal gemacht und sehen dann auch, wie das funktioniert, wenn wir jetzt nicht frontal irgendwo andocken, denn das Ding hat die Schleuse ja seitlich. Und das muss ja funktionieren, das Ganze, ne? Von hier sehen wir natürlich auch alles, können wir alles beobachten, den ganzen Docking-Mechanismus. Ne? Richtig cool. So, ich guck mir das jetzt genau an, wie du das machst. Mach das. Du wolltest manuell andocken? Ich versuch's erstmal, ja. Mal gucken. Ja, ja, gut. Ich, äh, guck mir das an. Viel Spaß. Danke. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Ich weiß es ja auch. Aber mal, ich guck's. Ja, mal schaut, ne? In der Merlin war es ja auch schwer und, ähm, ich meine, mit einer Aden-ID muss es ja dann ein Kinderspiel sein. Kann ja, muss ja das gleiche sein. So, ich, äh, muss jetzt erstmal eine Starterlaubnis erbitten, glaube ich. Nicht einfach ablegen geht nicht, ne? Äh, ne, ich glaub nicht. Das kann nur Rottie machen. Das kann nur Rottie machen. Achso, dann muss Rottie das machen. Ja, ich mach das mal eben. Es geht ja auch von hier, glaub ich. Von meinem Second-Chief-Sessel hier. Boah, so geil. Ah, hast du gehört? Nee. Launch Precidure. Jetzt müsst ihr da eigentlich abfahren. Ja, ich guck mal. Ich bin von außen. Ja, er legt ab. Okay, wackel, wackel. Ja, er stößt auch so ein bisschen das Schiff ab. Immer noch keine Warnleuchten? Nee. Ja, doch, von außen. Von außen dreht sich was. Am Ende von diesem Docki-Collar. Ja, 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 von außen. Von außen an dem Docki-Collar. Aber einfahren tut er trotzdem nicht, ne? Nee, der ist wahrscheinlich gleich in Eins wieder weg. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist die Animation noch verbuggt. Gut, dann werden wir erstmal so seitlich wegstrafen. So, und dann drehen wir mal eine kleine Runde. Eine kleine Ehrenrunde hier mit dem Pötiken. Hatst du denn, Zedko, gerade beim Ablegen, hast du denn das Schiff bewegt oder hat der das automatisch abgestoßen? Der hat das automatisch abgestoßen. Ah, okay. So, wir bleiben auch mal im Standard-Manövering-Speed hier. Kann ich groß rumjuckeln. Was ballert der überhaupt? Warst kein Mensch, ne? Ja, keine Frage. Das ist wahrscheinlich der Typ, der das bedient, der ist irgendwie schnell eingepennt. Er ist auf den Knopf eingepennt. Ja. So. Dann drehen wir die andere Runde. Und ihr seht auch schon, diese Docking-Arme, so groß sind die nicht, ne? Also, das ist schon... Ich glaube, das war da unsere. Zumindest glaube ich das. Wo der andere ist, weiß ich gar nicht. Stimmt, das sind ja recht kleine Stummel, ne? Ja. Ja, ich denke mal, da werden dann irgendwann auch noch mehr dazu kommen. Also, vielleicht, ne? Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Vielleicht reicht das auch. Ich meine, wie oft brauchst du einen Docking-Arm? Das ist ja... Ja, jetzt am Anfang... Könnte es nicht genug sein, ne? Aber das wird sich erlegen, denke ich. So, da hinten ist noch unsere Carrick im Hangar 3. Haben wir nicht weggestort. Muss hier eine saftige Strafe geben. So, wie ist das jetzt? Jetzt muss ich wahrscheinlich eine Landerlaubnis erbitten. Das ist wahrscheinlich nicht mit ins Target nehmen, ne? Ach so, oder musst du das wieder machen? Ne, ich glaube, jetzt kann ich das machen. Warte, ich versuch's mal. Genau. Port Tresla. So. Ich bin clear to launch, sagt er. Ja, wahrscheinlich, weil ich meine... meine, äh... Carrick da hinten noch habe, ne? Ach so. Dann musst du das machen. Ja, ich mach mal. Danke. Und bitte, Sie sehen uns. Okay. Ach, komm. So, jetzt haben wir hier... Ah, jetzt? Ähm, Archimedes. Na, jetzt müssen wir hier drehen, natürlich. Der untere, grüne, rechte, in der Ecke, Bubbel, der ist... Das ist der hier. Ja, der schwenkbare. Also da sind wir schon relativ gut geradezu. Aber wir müssen natürlich das Schiff noch drehen, weil wir müssen natürlich seitlich ran. So, und dann sehen wir schon, dass die beiden roten Teile sich da nähern. Das ist schon mal ziemlich cool. Und wir sehen auch oben schon mal... Das rote... Das rote Viereck. Ne, das müssen wir gleich auch noch alignen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier so ungefähr in die gleiche... In die richtige Position kommen. So ungefähr. Ne, das ist doch schon mal ganz gut. Ich geh mal in die Außenansicht. Dann können wir das doch schon mal so ein bisschen hier... So ein bisschen vor... Ne, das ist natürlich eine Sache, das dauert halt. Ne, so ein Pott, das musst du andocken, ist nur noch nicht so in ein paar Sekunden getan. Ne, das ist schon wirklich... So, wir können auch weiter ran, auf jeden Fall noch. Ran strafen. Das ist auch kein Problem. So, natürlich hier sehr vorsichtig, das Ganze alles. Ne, so. Ja. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So, wenn ich es von außen... So, dann werden wir mal den ganzen Ding nochmal versuchen zu alignen. Dann müssen wir noch ein bisschen die Nase hoch. Dann müssen wir noch ein bisschen drehen. So. Das ist schon zu dicht, glaube ich. Meinst du, schon zu dicht? Ja, Außenansicht... Ja, genau. Jetzt ist es viel zu weit. Mann. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier dorthin kriegen. Jetzt das rote Vieh-Eck, das sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Aber ist auch nicht schlimm. So. Das ist halt die ganze... Man muss halt die ganze Zeit hier rumjuckeln mit Gieren und, äh... Und Yawn und wie es alles heißt. Ne, so. So zeigt er uns das jetzt erstmal schon mal gut an. Jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen ran. So. Aber ich denke mal, wir sind jetzt schon... Ich guck mal ganz kurz. Oh ja, wir sind noch völlig... Völlig am Ziel vorbei. Deswegen gehen wir nochmal runter. So, da ist das Vieh-Eck jetzt. Das müssen wir natürlich irgendwie... in der Mitte kriegen. So, da ist es jetzt. Da ist es jetzt. Jetzt müssen wir... Genau, jetzt müssen wir weiter vor. Weil das ist jetzt natürlich noch viel zu weit weg. Machen wir. Müsste das jetzt größer werden. Das müsste größer werden. So, bin ich schon vorbei, oder? Ne, ne, ne. Eigentlich gut. Höhe ist gut. So, er kommt. Oh, jetzt kommt es langsam. Jetzt kommt es, glaube ich. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Ja, da ist es. Da ist es. Oh, ja, 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 ja. Oh, da sind wir, glaube ich, ein bisschen zu weit. Weit, weit, weit. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen zurück. Boah. Zu weit. Ja, das ist schon... Ganz jetzt freckelig. Ja, er muss echt krass navigieren. Ja, ist ja fast unmöglich, das zu treffen. So. So. Jetzt müssen wir mal ganz langsam mal. Ganz langsam. Du musst da ran strafen. Ja, warte. Ich krieg das hin. Ja, wissen wir schon. So. So, jetzt müssen wir noch weiter ran. Zu tief. Zu tief. Ne, zu... Du musst... Ach, ich weiß nicht. So 20 Zentimeter tiefer. Ja, genau. Boah, ne. Keine Chance. Hast du Dings ganz unten, Speed Limiter? Ja. Ich mach's mal so von außen. Oder ich mach das mal mit Autodocking. So. Ja, ich meine, gut. Autodocking ist sowieso gut. Dieses manuelle Andocken, das braucht auch kein Mensch. Das brauchst du nur, wenn die Mechanik kaputt ist. So, und dann dock da hier an. Richtig geil. Weißt du, wofür das manuelle Andocken ist? Wenn man's nicht kann. Für Angeber. Ja, ich meine, wenn es so ein bisschen leichter wird. Es müsste halt so ein bisschen trichterförmig sein. Und nicht so punktuell. Weißt du, wenn man sagt, wenn man sich in dem Bereich befindet, dann übernimmt der sowieso so ein Autodocking-Mechanismus. Du dockst ja nicht komplett von selbst an. Der muss einfach ein bisschen früher packen. Ich denke mir auch, das mit der Hammerhead, das wird einfacher dann. Der Hammerhead wird einfacher. Du musst zwar dann auch auf die Höhe achten. So, gut. Angedockt. Kann ich das gleich zeigen. Und dann gucken wir uns mal die Hammerhead an, würde ich sagen. Dann verlassen wir die 8-Night-Jump wieder. Die ganzen Gäste kommen natürlich dann mit. Die sagen, ja, Endstation, Port Dressler, bitte alle aussteigen. Frauen rechts lang, Männer links lang bei der Treppe hier, ne? Frauen links lang, ab ins Ei. Nein, die Trippel. Ach so, da vorne die Trippel, meinst du? Nein. Frauen nehmen doch immer die Aufzüge, Mensch. So, einen kleinen Stolperer. Oh ja, ich bin auch gestolpert. So, wer ist denn jetzt da hinten? Wer ist denn jetzt 31? Ach, das ist wahrscheinlich wieder irgendein Stuhl oder so, ne? Unser Stuhl ist das wieder, Rötti. Ja, genau. So, bei der Hammerhead, da gibt es noch einen kleinen Bug. Den zeige ich euch gleich. Da gibt es so ein bisschen Probleme mit der äußeren Tür. Da bugt man sich gerne mal rein. Aber es ist kein Problem, da kommt man auch wieder raus. Man muss nur den Madpen ziehen, dann passt das. Aber geil, finde ich gut. Ich finde auch den Weg nicht zu lang, so ein bisschen laufen muss man schon. Geil, das ist grün. Das ist borggrün. Das ist supergrün, ne? Ja. Ist er ja borggrün. So, fährst du mal kurz zu dem Kollegen und weckst den mal auf, dass der von seinem Knopf runterkommt. Ja, mach ich. Ist drin? Ja. Gut. Faro, hast du die Hammerhead schon geholt, oder? Ich denke, sie sollte gleich aufploppen. Ich hoffe es zumindest. Okay. Dann können wir ja auch direkt hinfahren. Hast du sie schon, ähm, zum Dockingport gerufen, oder? Ich bin gerade am, äh, Monitor und er sagt mir gerade, please wait while your vehicle is being delivered to the platform. Ah, ja. Ne, er sagt unfortunately. Ich schaue mal die, ähm, 890 weg. Ja, möglicherweise nicht daran. So, dann kann ich aber auch meine Hammerhead spawnen, ist egal. Oh, ne, geht gar nicht. Ich kann nur claimen. Das ist doof. Hm. Dann müssen wir mal warten, bis der die wegstort. Dann claim doch. Oder haut die dann nicht ab, wenn du die claimst? Ne, tut sie nicht, ne? Ich hoffe nicht, ne? Ne. Aber ich versuche nur ein... Ne, ne, ne. Gecläbte Schiff dann... Naja, fängt der, fängt der wieder an, auf dein Schiff zu schießen, weil es rot geworden ist. Am Dockingport. Ja, genau. So, Hangar 4. Genau, ne, dann ist alles besetzt. Gut, Freunde, dann machen wir hier einen kleinen Cut, würde ich sagen. Und wenn wir die Hammerhead dann an der Dockingstation haben, dann, äh, ja, dann zeigen wir euch das. Das ist halt gerade momentan, macht halt jeder Docking. Ne, jeder, jeder will Ship-to-Station-Docking machen, deswegen bei zwei Ports. Gerade bei Port Tresla ist das, äh, ist das ganz verrückt. Ne, alle, die hier sind, wollen alle docken. Ne, hier. Der will docken, der da hinten. Alle docken. Also, Freunde, bis gleich. Ja. Super. Ja, Rötti hat's geschafft. Der ist jetzt... Ich bin hier der... Du bist der Docker. Ja, weißt du, warum du das geschafft hast? Ich Rötti, du bist Docki. Weißt du, warum du das geschafft hast, Kollege? Docki, hä? Kommst du mit, Pharao, oder? Ja, ja, ich komme. Wo seid ihr, wo seid ihr? Hier, Fahrstuhl. Siehst du uns nicht? Hier, Fahrstuhl. Namen? Ne, Moment, sehe ich auch nicht. Da, ja, okay. Ja, von wegen, äh, Dopper. Weil deine 890 da vorher war. Ne, die war Dockingport 2, war die. Ja, ich hab jetzt beide Bots belegt. Und die anderen, den anderen, den anderen komplett der Arsch. Du bist der Master of Docking. Jetzt, jetzt, jetzt suchen sie alle diesen scheiß Rötti, der beide... Gleich ein Crime-Step auf. Kopfgeld. Kopfgeld, genau. Wie der Dockblocker. Ja. Richtig, diese Dockblocker. Haben die wirklich nur zwei tatsächlich hier? Ja, ja, die haben alle nur zwei. Überall zwei nur? Okay. Ich weiß aber, ja, wahrscheinlich reicht das. Also, wie gesagt, wann dockt man dann mal ab oder mal an? Das wird ja später, wird sich das ja verlaufen. Das ist jetzt nur am Anfang so. Aber wenn du da mal rumläufst, ich meine, wenn du da mal, äh, du hast doch so viel Platz hier für Dockingkoller hast, ne? Das ist ja kein großes Problem. Hier, der ganze Ring könnte man nehmen. Ja. Ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht bauen sie ja auch noch welche dazu. Äh, Rötti, wir dürfen nicht vergessen, dass wir dich dann noch beobachten, wie du mit der 890 wegfliegst, ne? Ja. Nur noch gucken. Können wir mal machen. Rötti, dass du gleich hier wahrscheinlich, äh, erstickst, wenn du so da rumläufst. Ja, stimmt. Ich ziehe mich grad um. Hast du gesehen, Zitko, hier vorne gibt's auch wieder diese Spinte, wo du dein Zeug umziehen kannst? Ja, die hatte ich schon in der 3.13 gesehen, da standen die auch schon. Ja, ich hab. Genau, hier können wir uns dann später wieder umziehen, ja. Da bin ich mal gespannt, da hab ich neulich mal in so einer ruhigen Minute drüber nachgedacht. Ähm, das ist ja auch nicht so einfach, ne? Ist ja nicht so, dass man sagt, es gibt nur A oder B. Du kannst ja sagen, zum Beispiel, pass mal auf, ähm, werf nur meine, ähm, oh, guck mal, da wartet schon eine 890 und will andoggen. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, wirf mir meine Armor rein, wie zum Beispiel jetzt die Novikov, die wir gerade in der Carrick gesehen haben, und lass mir aber mein Jumpsuit an. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich will aber auch mein Jumpsuit ausziehen und ich will meine Privatklamotte tragen, ne? Diese Option muss natürlich irgendwie berücksichtigt werden, denke ich, ne? Genau. Sonst wäre doof. So. Du nimmst dich auf jetzt, ne? Äh, doch, ich nehm auf, gleich nehm ich auf. Achso, ich dachte, du hast schon... Nö. Natürlich nimmt er auf, weil er hier... Wir wollen ja hier das abdocken mit der Hammerhead. Vorsicht, hier gibt's auch einen kleinen Glitch wahrscheinlich. Guck mal, kannst du rein? Also, wir haben hier einmal jetzt, äh, diese Tür, die, ähm, geht meistens nicht auf. Ja, da ist man dann hier so, so davor. Und dann, äh, wenn man dann zu sehr drückt, dann, genau, der Pharao ist schon durchgelaufen. Das versuchen wir jetzt auch mal. Zack, bumm, durchgelaufen. Ne, und das ist halt... Und von, von innen kannst du sie dann aufmachen. Ne, und wenn ihr da mal reinbacken solltet, das passiert manchmal. Gut, vielleicht wird das mit der nächsten Version auch schon weg sein, aber falls es euch passiert, dann zieht ihr entweder hier die, die Pistole oder hier so, so ein, so ein Medpen, ne, dann, äh, backt ihr euch da meistens durch, ne, so. Genau. Und jetzt mag sich der ein oder andere fragen, wenn das ja so einfach ist, hier in das Schiff zu kommen, äh, warum kann, kommt nicht ein anderer rein und nimmt die einfach mit? Ja, geht momentan, glaub ich, ne? Ne, geht nicht. Achso. Andere kommen hier nicht rein, oder was meinst du? Doch, die kommen hier rein, die kommen hier schon rein, können nur nicht wegfliegen, weil die nämlich die Starterlaubnis nicht erbinden können. Ah, okay. Aha. Okay. Der ist natürlich klug. Mhm. So, und wenn es denn vor jetzt... Es sei denn, du hast vorher angedockt und hast die dann dann da dran hängen lassen, dann kann natürlich jeder wieder eine Abdock-Erlaubnis erteilen, beim zweiten Mal und dritten Mal. Ja, verstehe. Jetzt, äh, Zicku, du willst ja jetzt starten, nehme ich an, ne? Richtig. Da bin ich ja mal gespannt jetzt, da müssen jetzt eigentlich gleich die Türen hier zugehen. Äh, ja. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. So, wir wollen mal kurz hier mal so ein bisschen von außen schön beobachten, das Ganze. Und dann würde ich sagen... Rotti, du müsstest... Müssen wir mal eine... Ach nee, du musst das wieder machen, Rotti, ne? Rotti, Rotti muss das wieder machen. Ach so. Gott, oh Gott, ja. Äh, ja, ich komm. Wo ist denn jetzt hier? Ich bin völlig orientierungslos, so. Nee, du brauchst nicht ins Cockpit dafür. Kann ich ja so machen, ne? Ja. Meine Güte. Ja, mein Gott, ich spiele das noch nicht so lange. Oh, da wird es wieder Kritik ernten unter den Videos, wie unvorbereitet wir sind. Können wir nur. Furchtbar schlimm. Muss alles wissen. Da geht die Tür zu. Die Tür tut zu. Geil, ne? Ja. So, aber der Dockingarm füllt er nicht rein, ne? Dauert mal Sekunde. Warte, Sekunde, warte. Okay. Ja, ich sag, der poppt wahrscheinlich wieder rein. Ja. Ploppt. Ja, nee, hier ist kein... Die warte, das ist so geil. Da musst du nur so tun, als wenn du wegfliehst und dann gleich wieder dran, so. Ja. So, ah, okay. Hat er das schon bestätigt, oder? Ach so, warte mal, ich mach mal Kiste an. Ihr müsstet auf free to launch sein. Ja, jetzt ist alles zu, genau. Ah ja, jetzt fährt sie zurück. Ah ja, jetzt sieht man es auch. Ja, du musst auch... Mein Gott, wie bist du vorbereitet? Du musst auch die Kiste anschmeißen. Ja, hab ich doch. Ach so. Weil du sagst, jetzt schmeiß ich die Kiste erstmal an. Genau. So, jetzt ballern wir hier mal weg. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie die 890 Jump hier andockt. Von außen. Geil. Ah, ich find's super. Endlich Docking. Ne, so ne Kleinigkeit. Voll geil. So, da steht's dann. War ja schon, war ja schon ein Hype mit der, mit der, äh, mit dem Snapfighter. Mit der Merlin oder mit, das war ja schon ein Hype. Gerade auch, als wir in der Schleuse standen hier, als du schon im Cockpit warst, Tidko, dann, wenn du dann so reinguckst in diesen Gang, ne, und dann bis hinten an die, an die Station quasi gucken kannst, ey. Mhm. Das sieht auch schon total geil aus. Auf jeden. So, will der jetzt, oder? Wenn er nicht will, dann doggen wir wieder an. Oder unten steht auch schon wieder eine 890. Da kommt schon die nächste. Sind nur 890 und Hammerheads unterwegs gerade. Das scheinen im Moment die einzig spawnbaren Schiffe hier bei Star Citizen zu sein. Die anderen, die gehen alle nicht. Fliegt doch mal eben rüber, ob die, ob meine 890 da noch steht. Ob deine 890 da noch steht. Docking Port 1. Du meinst auf der anderen Seite? Ja, genau. Das müsstest du doch sehen im, ähm, in deinem... Ja, ich guck mal eben. Ich bin jetzt gerade in der Außenansicht. So, aber ich könnte jetzt eine Landerlaubnis erbitten. Theoretisch. Jetzt, ab jetzt geht, ja, ab jetzt geht es. Du bist einmal abgedockt. Genau, und meine Carrick müsste eigentlich auch verschwunden sein. Deswegen müsste es jetzt gehen. Wir versuchen es mal. Vor Tresla. Zack. Ja, da ist noch eine 890. So, zack. Hat der in der 890 mal schön gepennt. Oder das ist Röttis, die einfach abgestoßen wurde. Das kann natürlich auch sein. Oh ja, das fällt wieder auf. Fläß ist wirklich so, ne? Fläß ist echt deine hier. Das ist, das ist die, das ist, äh, wie beim Hund. Und der versucht, wird, versucht zurück zum Härchen zu kommen, weißt du? Abgestoßt und dann ab zurück zum Härchen. Nee, nee, das ist, sag, wix, mix, wix, wox, keine Ahnung. Ey, gibt's nicht solche Namen, ey? Das gibt's noch nicht. Können wir schon aussprechen. Das ist ein Zufallsgenerator. Ähm, die Docking, also die 890 ist noch an Docking Board 2. Ich seh die noch. Ah ja, okay. So, hier müssen wir jetzt ran. Wir haben so eine ganz kleine Anflugschneider. Aber nochmal mit dem Namen. Das ist gar nicht so eine dumme Idee, weißt du? Wenn du dann wirklich ein Böser bist und dann, äh... Kann sich kein Mensch merken, ne? Nicht nur Merkel, sondern... Wie hieß denn der nochmal? Äh, weiß ich auch nicht. Irgendwas mit X. Auf wen gehen wir denn jetzt? Auf den Kino, wenn man das im kleinen Schwein weiß, wer gemeint ist. So, da ist es. So, jetzt schaffe ich das aber manuell. Auf jeden. So, ich muss ja nur geradeaus fliegen eigentlich. Das kann nicht so schwer sein. Pharao, guck dir das mal an. Die springen da hinten. Entschuldigung. Da ist jetzt wieder unser, äh, unser Viereck. Ne? Und das ist eigentlich auch so das Schwierigste, finde ich. Dieses Viereck. Ne? Das wirklich zu handeln, finde ich fast mit am schwierigsten. So, jetzt sind wir schon wieder zu hoch. Denk bitte dran, genau. Das Cockpit ist unterhalb der Anschluss, an, äh, ne? Ja, ja, stimmt. Wir müssen so ein bisschen, genau, so müssen wir. So müssen wir nämlich. So, jetzt fliegen wir mal vorwärts. Guck mal, da hinten am Fenster winkt schon einer. Ja, das meinte ich gerade. Das wollte ich mir zeigen. Der sagt, komm ran, jetzt mach fertig, damit ich auch mal andochen kann. Bist du weit rechts? Du bist zu weit rechts. Ich bin total super. Oh, weiß das. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Weißt du, an was mich das erinnert? Wieder mal an Space Quest, ne? Wo die da aus dem Raumhafen rausfliegen. Und dann der eine da steht und sagt, wer rechts? Wer rechts? Wer rechts? So. Wie kriegen wir denn jetzt das Ding da so höher? Du bist zu hoch. Du musst runter. Ich bin zu hoch. Du musst runter, Straven. Ah ja, okay. Ja, in der Außenansicht kann man leicht reden. Wir sind doch gar nicht in der Außenansicht. Wir stehen hier direkt vor dem Ding und haben die Tür auf. Bisschen weiter runter. Noch weiter. Ah ja, jetzt kommt das Viereck noch da. Ah ja, okay, okay, okay. Ja, jetzt ist natürlich wieder. Du bist mit dem Hintern zu hoch anscheinend. Du bist mit dem Hintern zu hoch. So, stopp. Jetzt ist es genau richtig. So, sind wir. Bisschen weit. Nee, falsche Richtung. Dieses Viereck, das kriegt man wirklich nur mit Straven hin. Ja, du musst aber nach rechts trainen. So, jetzt müssten wir eigentlich perfekt sein. Nee, nach rechts trainen musst du rechts. Nein, aber laut Dings bin ich perfekt. Laut. Ja. Okay, alles klar. Also, fahr mal ran. Also, wir sehen, dass es nicht funktioniert. Ja, ja. Wenn du uns hier nicht glaubst, sind doch die Einweiser. Heute steht oben. Ich stehe hier voll. Ich glaube nur an meinen Instrumenten, Freunde. Ja, genau. Ja, ich sehe das auch. Das ist soweit Dings bin. Nur, wie soll ich machen? Wenn du lange N drückst, dann fassst du. Ich weiß, was ich mache. Ich drücke lange N. Nein, warte. So. Ja, guck. Geht auch. Und da kommt da der Schnulli. Ach, der ist oben. Du warst zu hoch noch. Der muss ziemlich weit oben andocken dann. Hä? Sitzt da oben einer drauf? Ja, Rötti. Rötti war ich schon rausgegangen. Ich frag mich jetzt allerdings, wie komme ich jetzt wieder rein? Gar nicht. Jetzt nicht mehr. Doch. Durch die Turrets könntest du reinkommen. Ja, wenn einer auf die Aufzüge. Oder durch die Aufzüge. Ja, Freunde. Sehr, sehr geil. So. Und jetzt gehen wir nochmal rüber in Doki Port 2. Und dann gucken wir uns vom Fenster nochmal aus, wie der Doki, wie der Doki da abdockt. Der Doki da abröttet. Genau, der Rötti. Der Doki abröttet. Ja, sehr witzig. Ja. Könntest du aber eben, ähm... Der Doki. Ich komm über den Aufzug hin rein. Nee, brauchst du gar nicht. Du kannst schon mal zu deiner A&D laufen. Laufen oder schweben. Oder schweben. Stimmt. Achso, ja gut. Dann komm rein. Pharao, guck mal rechts. Was? Rechts? Wo rechts? Am Fenster. Ja, ja. Ich mach mal ein bisschen hier. Lights. Lights an. Taschenlampe. Hier. Ich blende dich. So, ich geh rein. Ja, viel Spaß auch. Ja, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Also, ich stand ja vorne am Ausgang und hab dann gesehen, sobald du angedockt warst, sind hinten die Türen tatsächlich aufgegangen, ne? Also, am anderen Ende dieses Docking-Collars. Ach, der ist sich gleich verletzt hier, der Kollege. Oh. Guck dir das an. Ich blute immer noch. Ich überlebe nur noch 40 Sekunden, obwohl er sich nur die Arme gebrochen hat. Ja, gut. Oh, ich hab gar keinen Medpen. Oh, Mann. Oh, mach schnell. Schlecht vorbereitet hier. Können wir das anhören in den Kommentaren. Oh nein, ich hab gar keinen Medpen mehr. Oh, sag mal. Alles PTU. Nein. Ich derbe. Klau mir einen hier. Ich hab einen dranhängen. Ich klau mir schnell einen. Oh ja, komm ja. Schnell. Bleib stehen. Klauen geht nicht mehr. Doch, das geht. Warte, bleib stehen. Dann nimm ihn in die Hand. Drück C. Drück C. Gib her. Gib her. Es geht auch nicht. Nein. Kann ich dir droppen oder was? Kann ich dir droppen? Kann ich dir droppen? Es ist zu spät. Ich glaube, ich fühle mich schon ganz schwummrig. Oh. Ja. Und weg. So, Freunde. Wir sind zurück. Wir sind zurück hier am Observation Deck. Und der Rötti, der wird jetzt mal so richtig schön mit seiner 890 Jump hier ablegen. Und wir werden das mal beobachten. Und so tun, als wenn er ein Käpt'n eines Riesenschiffes wäre, wo ganz viele an Bord sind, die jetzt in Urlaub fliegen. Das stellen wir uns jetzt vor. Genau. Und er guckt auch zu. Er freut sich auch schon ganz doll. Ne? Ich lauf mal, ne? Du läufst jetzt. Wieso so tun? Ich bin Käpt'n eines Riesenschiffes. Ja, ja. Ich meine ja nur. So. Jetzt sehen wir ihn da auch gleich langlaufen. Da hinten ist übrigens das Licht, was ich vorhin vermisst habe. Das sieht man wirklich nur außen. Aber trotzdem ganz geil. Vielleicht läuft er da lang. Da müssen wir uns dann mal einfach seinen Namen wegdenken. Da kommt er. Siehst du mich laufen jetzt hier, oder? Ja, da ist er. Oh, der Pfarrer. Oh, er ist dicht auf den Fersen hier. Cool, ich sag'n. Ehrlich? Oh, oh. Junge, du bist aber schnell. So, Freunde. Und ich würde sagen, diese Bilder, die werden wir jetzt mal ganz schweigend genießen. Wir werden ein bisschen Musik dabei hören. Und dann werden wir uns mal angucken, wie der Rötti hier mit der 890 Jump auf in die Nacht taucht. Also, Freunde, macht es gut. Tschüss. Tschüss, Rötti. Tschüss. Bleibst du da? Okay. Ich gucke, was passiert, wenn du abdockst. Okay. Ich gucke, was passiert, wenn du abdockst. Ich gucke, was passiert, wenn du abdockst. Ich gucke, was passiert. Vielen Dank.